Der Republikaner Colin Powell war bekannt dafür, schon mal eine andere Haltung als seine Parteifreunde einzunehmen. So stellte sich der pensionierte Vier-Sterne-General bei den US-Wahlen vor einem Jahr auch hinter Joe Biden und Gegenamtsinhaber Donald Trump. Jetzt ist der ehemalige US-Außenminister an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Colin Powell wurde 84 Jahre alt. Ich werde immer nichts anderes als ein Soldat sein, sagte Colin Powell nach 35 Jahren Militärdienst. Der hochdekorierte General war in den frühen 90ern das Gesicht des 1. Golfkriegs, prägte die Operation Wüstensturm durch seine Doktrin der militärischen Übermacht. Geboren wurde Powell 1937 als Kind jamaikanischer Einwanderer in der New Yorker Bronx. Er studierte Geologie und begann eine Laufbahn in der US-Armee. Diverse Präsidenten hörten auf seinen Rat. Reagan ernannte ihn zum nationalen Sicherheitsberater, Bush Senior zum Generalstabschef. Bush Junior holte ihn aus der Rente, machte Powell zum 1. schwarzen Außenminister. Sein Ruf litt unter einem Auftritt im UN-Sicherheitsrat, bei dem Powell für den bevorstehenden US-Einmarsch in den Irak warb. Saddam Hussein und sein Regime verstecken, dass sie mehr Massenvernichtungswaffen produzieren. Die Information stellte sich im Nachhinein als falsch heraus. Powell selbst sprach später von einem Schandfleck in seinem Lebenslauf. Seiner republikanischen Partei wurde er zunehmend fremd, sprach sich für die demokratischen Präsidentschaftsbewerber Obama, Clinton und Biden aus. Als Privatmann unterstützte er diverse Jugendprojekte. Colin Powell verstarb im Alter von 84 Jahren, trotz Impfung an Corona-Komplikationen. Eine Blutkrebserkrankung hatte sein Immunsystem geschwächt.